Ich will doch innovativer Mensch sein oder Gründer und jetzt habe ich es nicht so mit meiner Kreativität, weil ich habe vielleicht verlernt, das von früh auf zu verlernen und stehe jetzt an diesem Punkt. Wie lange werde ich noch in einer Welt leben, in der die technischen Fortschritte exponentiell zunimmt, aber sozial und wirtschaftlich unheimlich Sachen auch zurückhält und das auch zu verzweifeln bringt? Das ist so ein Thema, wo ich sage, Mann, da stehe ich auch immer wieder und viele Menschen, die ich kenne, stehen da drin auch. Und da ist eben auch gefragt, wie setzt du deine Kreativität um? Das ist auch so ein Zungenbrecher, Kreativität, das Wort. Also sage ich es noch zwei, dreimal, dann kann ich es dann auch viel besser. Was ich dazu gelernt habe, um Kreativität zu sein oder kreativer zu sein, ist ein spannender Punkt, weil ich kann nur von mir reden. Früher in der Schule war Kreativität nicht gefragt, da musste ich funktionieren. Auch Fragen, Antworten geben. Und ich wollte es immer ein bisschen anders machen und habe dann später jetzt in der Reflexion auch gesehen, das hatte ich damals, nämlich im Schreiben, im Texte, obwohl mir dann auch die Lehrer gesagt haben, ich sei Legoszeniker, vielleicht wollten sie das ja auch, weil ihnen meine Texte zu kreativ waren. Also kann man Menschen auch dazu bringen, dass sie schlussendlich das glauben, was sie hören und dann auch verlernen, was sie eigentlich können. Und das kennt ihr auch, das nennt ich schlussendlich auch Selbstsabotage. Und das ist eben auch schwierig, wenn du jetzt als Mensch bist, Führungsperson, Gründer, innovativ und willst anders sein als andere. Der Einzige, der dich zurückhält in deiner Kreativität. Was denkst du, wer ist das? Das bist nämlich du selbst. Und das bist nun nicht nur du, sondern die anderen Menschen, die dir Sachen in deinem Filter, das ist der da oben, reingewurschtet haben, getrissert haben und du immer das Gefühl hast, wenn ich jetzt das tue, dann ist meine Mama nicht glücklich. Stopp! Wenn ich jetzt das denke, was denkt dann meine Frau über mich? Ich habe davor gleich noch einen Call gehabt und da war eine wunderbare Frau da und die hat gesagt, Alex, wenn ich jetzt das meinem Partner sage, was ich wirklich denke, dann macht er Schluss mit mir. Kann es das wirklich sein? Ja, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Wenn du so sein willst, wie dein Partner dann denkt, dass du sein willst, dann darfst du das auf keinen Fall sagen. Wenn du aber authentisch sein möchtest, kreativ im Leben, so wie du eigentlich bist, dann musst du es unbedingt sagen, weil dann passt ja das Ganze eigentlich nicht mehr zusammen. Aber die Entscheidung steht dann bei dir, was du machen möchtest. Und das ist auch der erste Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Verwende deine Werte als Inspiration. Nur, die meisten Menschen, habe ich gesehen, die haben gar keine Werte in sich. Die tragen zwar welche Werte, aber die Werte passen nicht auf sie. Also starten wir doch da und übrigens, ihr habt das auch in meinem Kurs drin, in meinem Modul, was so ein bisschen deine Werte sind, seine Grundeinstellung. Was ist dir wichtig? Und wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, als ihr das erste Mal mein E-Book runtergeladen habt, da habe ich auch ganz klar drinnen, was meine Werte sind. Und da ist so ein Wort, habt ihr gelesen, da ist Sicherheit drin. Ich vermittle gerne Sicherheit. Zweiten ist, da braucht die Ehrlichkeit. Ich bin arsch ehrlich und erzähle den Menschen, was ich fühle, was ich denke. Und für das sind sie auch da. Das sind so Grundwerte, die ich habe. Und wegen dem ist es auch der erste Punkt. Und umso mehr du deine Werte lebst, die können so kreativ sein, wie du willst, dann kommt das auch beim Vis-a-Vis an. Und in dem Sinn hast du dann auch diese Menschen, die dich anziehen. Und das ist ja auch der Effekt von der Spiegelung, quasi vom Karma. Was ich ausstrahle, was ich sehe, das ernte ich auch. Ist eigentlich simpel, einfach. Doch die wenigsten Menschen können es wirklich verstehen. Und das beginnt bei der Inspiration. Welche Werte du dir erlaubst, wo in deinem Verstand kommen. Und jetzt ist der nächste Punkt. Die meisten Menschen setzen die Werte und die Inspiration, sie haben gar nicht um. Und spielen im Kopf weiter. Was dann kommen könnte, wenn sie das tun würden, würde A sagen, geht nicht. B würde sagen, bist du wahnsinnig. Und C würde gar nicht mehr sagen, weil er einfach bleiblich ist. Da ist das wirklich so. Du hast das Spiel ja noch auf Linke durchgespielt. Das Einzige, was im Leben zählt, ist die Gegenwart. Also beginn doch, dass du die Inspiration in die Gegenwart holst und auch mal testest, funktioniert oder funktioniert nichts. Wenn du das tust, bist du schon viel weiter als andere. Im Zweiten ist es auf der Punkt, experimentiere mit neuen Techniken. Ja, ich weiss. Das, was du bis jetzt gemacht hast, hat ja wohl, wohl, wohl funktioniert. Hat zu dem gemacht, wo du bist. Deben ist auf Rotsch reingekommen und er probiert seit ungefähr drei Calls neue Mikrofone aus und hat es bis jetzt noch nicht geschafft, dass er das auch funktioniert. Und ich habe gesagt, stopp, heute bitte nicht einstellen. Ich will mit dem Call beginnen. Mach das bis zum nächsten. Du siehst, experimentiere mit neuen Sachen. Das ist halt wichtig, dass man das immer wieder macht. Dann wird das dann auch in einer Woche funktionieren. Und sich auch einlassen auf das Neue. Das ist auch so etwas, Torwart. Wenn du schon experimentierst mit Neuem, dann lass dich doch bitte ein. Schieb es nicht immer weg oder mach es nicht richtig. Denn so meine, eine meiner Einstellungen ist, wenn ich etwas tue, dann mache ich es mit 100%. Und jetzt auch hier bei Roger, Entschuldigung für das Beispiel, dann setze ich alles daran, dass es für mich dann funktioniert. Und da gibt es nur dieses Thema. Also das jetzt einsetzen und ich gebe mir mal zehn Minuten. Und schau mal, wo ich in zehn Minuten stehe. Ich stehe sicher weiter als jetzt am Anfang. Und da, wenn ich das jetzt jeden Tag mal tue für zehn Minuten, bin ich gespannt, dass ich nach sieben Mal, das vielleicht auch funktioniert, oder dass ich da reinkomme. Das ist eben experimentieren mit neuen Techniken. Das bitte voll Fokus. Nicht nur so ein bisschen nebendran, ein bisschen da. Das erlebe ich immer wieder, wenn der Mensch im Schritt ist von der Angestellten in die Selbstständigkeit. Habe heute Morgen auch einen Call gehabt mit einem Kunden. Er ist auch in diesem Schritt. Und da geht man halt viel zu schnell auf. Und man versteht jetzt nicht, warum das anstrengend ist. Ja, wenn du angestellt bist, sitzt du an deinem Pult, bekommst die Arbeit auf den Tisch geschissen und kannst dich geben, wie du willst. Das ist ja nice. Dann verdienst du noch dein Geld dafür. Eigentlich verdienst du viel zu viel, was du tust. Aber jetzt, wenn du selbstständig bist, dann musst du halt schauen, dass du einen Tisch hast. Du musst schauen, dass da die Himmel auf deinen Tisch kommt. Du musst verstehen, warum du da stehst. Und das sind viele Schritte mehr. Und das haben wir ja leider nicht gelernt in der Schule. Und jetzt sieht man überall auf Social Media, wie schnell das gehen sollte. Es ist immer so, hört auf, das geht nicht in einer Woche. Das braucht Jahre, bis du dann nur das Mindset bekommst, bis du die Tätigkeit bekommst. Aber du musst halt anfangen. Wenn du das machst, 100 Prozent. Und dann bitte kreativ Sachen auch umsetzen. Und experimentieren mit Techniken. Das andere ist, betrachte verschiedene Perspektiven. Das hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Und das hat übrigens mit Selbstreflexion zu tun. Ich habe immer dann auch geschaut, das eine ist, Sachen für mich zu machen. Das ist ja nice. Aber ich tue ja die Sachen nicht für mich, eigentlich. Ich tue sie ja für die Kunden, also für euch. Also muss ich mir auch immer schauen, was interessiert euch dann? Wo seid ihr? Ihr seid da, wo ich vor einigen Jahren war und will euch da begleiten. Und jetzt habe ich zwei Leben in meinem Kopf. Ich habe das eine, wo ihr drin seid. Ich will euch pushen, kreativ zu sein, die nächsten Schlitzel machen, um den eben auch zu verstehen, was angeht. Aber ich habe selber auch Problemchen, wo ich stehe. Und diese zwei Sachen muss ich matchen. Also muss ich mir Zeit geben, sich auf euch einzulassen. Und ich muss mir Zeit geben, auf mich einzulassen. Und wenn ich das eben auch kreativ mache, das heisst immer wieder Neues auszuprobieren, all die ersten Punkte, die ich euch gesagt habe, einbinden, wird es eben auch spannend. Und so eben auch die Feedbacks abholen. Ich habe heute den Call gehabt. Die Frau hat mir ein Feedback gegeben. Sie wollte wissen, wie ich jetzt mich fühle. Da habe ich gesagt, ich fühle mich grossartig. Du musst verstehen, ich bekomme täglich Feedbacks auf unterschiedliche Arten. Das eine ist, ich bin mit Menschen zusammen. Die sagen zum Teil auch, was sie fühlen, was sie denken, dass es gut ist oder dass sie Sachen auch neu möchten. Wegen dem sind ja auch meine Kurse so aufgebaut, dass sie modular sind und dass ihr selbst mitbestimmen könnt, was wir drin machen. Und so, das ist nur meine Erfahrung, finde ich es halt ganz viel schneller und schöner wachsen, wenn du merkst, du bist ein Teil einer Community und nicht einfach ein Teil eines Kurses, wo nie ersetzt wird. Das ist ein bisschen blöd. Und das erwarte ich eben auch bei mir mit anderen. Und da habe ich gesehen, dass da ich sehr weit suchen darf, bis ich selbst so Communities finde, was zum Teil komplett auch nicht geht. Und da habe ich gesehen, ja Alex, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen, mit Körper, Geist und Seele, mit diesen drei Ebenen. Weil ich kann mich selber pushen. Ich kann selber mir schauen, dass es kommt. Oder ich kann die richtigen Menschen anstellen, dass ich auf die nächsten Schritte komme. Das sind diese zwei Ebenen, wo ihr auch habt. Und wir haben das übrigens noch viel mehr. Wir haben das mit den Eltern, wir haben das mit den Freunden, wir haben das in der Beziehung, wir haben das in der Arbeit. Wir spielen immer in diesen zwei Schichten. Und das darf einem eigentlich viel bewusster werden. Und das ist ein Teil der Kreativität. Also auch da, sei kreativ in dem, was du machst. Such immer noch neue Ideen. Und versuche auch, deine Rollen neu zu spielen. Sei mal das Kind. Sei mal der Sohn. Sei mal der Liebhaber. Sei mal der Ehepaar. Sei mal der Kunde. Und diese zwei Distanzen, dann wirst du das viel schneller aus. Typisch aufgepasst, aufgepasst. Der Menschentyp spielt hier eine grosse Rolle. Kommt darauf an, welche du gerade spielst, dann kann es zum Teil länger oder schneller gehen. Oder du wirst einfach über eine andere Ebene dann lernen. Stell dir vor, du bist der Kindestät, dann ist es über Schmerz. Stell dir vor, du bist der Auditiefe, dann bitte über eine angenehme Stimme. Und diese Parts dürften wir ganz wichtig nicht vergessen. Dann haben wir, also das ist die Selbstperspektive, wo drin gewesen ist. Jetzt kommt der nächste, nutze kollaborative, das ist ein geiles Wort, Kreativität. Das bedeutet, dass wir deine Arbeitsweise anschauen, deine Kreativität reinbringen. Und das Ganze braucht zu fördern, dass wir auch kollaborieren mit anderen. Dass du auch suchst, wo habe ich Hilfsmittel? Wo habe ich Sachen, die mich unterstützen? Das müssen nicht immer Menschen sein. Das können auch Tools sein. Und zur Zeit sind wir eine Revolution. Ist mega geil. Ich habe gestern begonnen, das Modul aufzunehmen für die Menschen im 1 zu 1, wo es nur darum geht, Chat-GPT ist ja mal der Munde, wie du das programmierst. Das ist eine künstliche Intelligenz, wo es nur darum geht, um Texte zu schreiben. Dass man das richtig eingibt. Es ist eine künstliche Intelligenz. Das bedeutet, du machst Eingaben für ein System. Die meisten Menschen bedienen es falsch, weil sie einfach mal reinschreiben, machen so eine offene Frage, aber gar nichts Klares. Und der Fehler ist, du musst Befehle eingeben, du musst ihm klar sagen, wer du bist, was du willst, welcher Stil, welche Tonalität, welcher Form. Und dann kommt es eben auch richtig raus. Und das war mega geil, das zu machen. Ich liebe solche Sachen. Es ist übrigens auch eine neue Herausforderung, Menschen da weiterzugeben. Und das ist eine Art von Kollaboration. Du kannst aber auch eine Art mit deinem Partner oder auch mit Freunden haben, wo du merkst, da kannst du viel kreativer sein. Und eine Idee für euch vielleicht, wenn ihr eine Kooperation sucht, greift immer nach dem Hören. Nicht nach dem, was du schon hast. Such dir Menschen, die schon da sind, wo du hin willst, wo du keinen Plan hast, wie die da hingekommen sind. Und die können dir dann auch helfen, dahin zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch zeigst. Und das liebe ich, den Menschen auch zu zeigen, hey, ich habe ja in meinem Leben so viele Fehler gemacht. Im Coaching-Business, im Marketing-Business und all diesen Sachen. Und da habe ich viel gelernt. Und da kann ich dir jetzt das Ganze in kleinen Häppchen sehr dynamisch zeigen, was du jetzt umsetzen kannst, dass du zu den nächsten Schritten kommst. Aufgepasst. Das wirkt am Anfang als brutaler Stress. Weil es ist ja alles neu. Ach, Mensch, das ist anstrengend. Und nein, schaffe ich das. Und dann kommen hier diese alten Sachen hoch. Ja, du wirst es schaffen. Wir müssen nicht schon an denken, wo wir hinwollen. Und da sind zwei Sachen, die viele Menschen falsch machen. Sie verwechseln mit Resultaten, mit Zielen. Und jetzt müssen wir herausfinden, was ist ein Resultat, was ist ein Ziel. Ein Resultat ist etwas, was du bereits vollbracht hast. Wenn du jetzt als Idee, jetzt zum Beispiel, die Idee hattest, auf dem Mount Everest zu kommen und stehst bereits auf diesem Berggipfel, frierst dir den Arsch ab und es ist auch kalt, der Wind bläst dir um die Ohren und du bist da, dann hast du das Resultat erreicht. Wenn du jetzt aber noch in der Planungsphase bist und die Idee ist gerade gekommen, dann ist das ein Ziel. Das ist der Unterschied. Mit deinem Ziel bist du im Weg dahin. Also kann noch ganz viel schief gehen. Kann noch ganz viel scheitern. Und das Resultat ist, du stehst da oben und kannst die Emotionen von Gefühlen freuen. Das ist der Unterschied. Und das darfst du hier einbauen und merkst, dann wirst du viel, viel, viel kreativer. Und die Kreativität möchte ich noch mitgeben. Das hat ein Teil mit Marketing noch zu tun. Du solltest dann theoretisch immer der Erste sein, der etwas tut. Nur, das wird heute ein bisschen schwierig mit diesen Social Media Sachen. Das ist da. Da hat es wahrscheinlich schon hunderte andere Ideen, wo du schon bist. Das Zweite ist, du solltest der Schnellste sein. Das Dritte ist, du solltest der Günstigste sein. Doch der Günstigste, der will niemand sein. Das kann zuerst dann sein, wenn du ganz viele Menschen erreichst. Und sonst verdienst du nicht. Aber du kannst jetzt zum Beispiel der Erste sein, der jetzt über die Selbstabotage redet. Stimmt eigentlich nicht. Aber ich mache es in meiner Weise. Ich mache es in meiner Form. Ich mache es in meiner Kreativität. Dann wirst du komplett anders. Das Gleiche im Profiling. Wie viele Profiler kennst du? Als ich damals begonnen hatte, gab es noch nicht so viel. Ich war der Einzige. Dann gab es noch die liebe Profiler Susanne. Und mit der Zeit kamen mehr. Aber der Swiss-Profiler, das ist der Erste. Und der, der mit diesem Dialekt redet, das gibt es nur einmal. Der, der noch so schnell redet wie ich, das gibt es, glaube ich, auch kein zweites Mal. Und der, der noch früher, wenn man noch hellsichtig war und 20 Jahre im Militär war, also da musst du langsam suchen. Und dann der, wo doch die Schwester gestorben ist und du auch schon selbst, also ich bin self-made, selbst Bücher geschrieben haben, die selbst verlegt haben, selbst Webseiten aufbauen, wie bescheuert. Ja, den gibt es, glaube ich, nur einmal. Und die sieht, ja, das bin ich. Und jetzt habe ich dir auch den Leid, den Bauplan gegeben, wie du es schaffst. Das ist nämlich genau so. Sonst hörst du ihn noch einmal an und du wirst sehen, das macht dich dann eben auch authentisch. Das nächste, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, fusioniere auf deine Kernwerte. Also fokussiere dich auf deine Kernwerte, heisst es ganz spezifisch. Und das sind Sachen, wo viele Menschen immer vergessen. Sie lassen sich dann von anderen ableiten, versauen, manipulieren, weil ihnen wie eine Schnecke da war. Sie finden sie eklig und möchten jetzt den nächsten Schritt nicht machen und dann tust du vielen nicht mehr. Schreib dir deine Kernwerte auf und stell sie da hinten hin, dass es eben sie ist. Kernwerte, kann ein Wort sein. Sie können zwei sein, maximum drei bitte nicht mehr. Was ist dir wichtig? Das ist ein Wert für dich. Das ist wie bei einem Baum die Wurzel. Wieso stehst du am Morgen auf? Das ist ein Kernwert. Wieso machst du das jeden Tag? Übrigens, Roger hat mir letztens gesagt, Alex, du setzt so viel Energie in deine Community rein. Die 205 Menschen sind einfach zu faul, um zu schreiben. Übrigens, ich habe gestern gestartet, wir haben schon wieder zwei Menschen mehr aktiviert, die jetzt beginnen zu schreiben. Ja, für das brauchst du Zeit. Übrigens, vielleicht habt ihr mal gehört, ein Funnel braucht ein Jahr Zeit. Wie lange sind wir jetzt dran? Noch einige Wochen, zwei, drei Monate. Also habe ich jetzt eigentlich noch zehn Monate Zeit, das Ganze zu aktivieren. Und genau das vergessen ganz viele. Das machen auch die wenigsten. Ein Bereich aufbauen, ein Jahr Zeit nehmen. Ja, für das brauchst du Geld. Ja, für das brauchst du Geduld. Für das brauchst du Kraft. Ich bin auch schon am Morgen aufgestanden und habe gesagt, soll ich denn überhaupt noch ein Live machen für die Gruppe? Es ist ja eh niemand da. Ja, ich mache es, weil es jeder sieht und ich Spass darin habe und ich überzeugt bin, in einem Jahr sieht es ganz anders aus. Das sind die Werte, die einem trägt. Übrigens auch, ich dachte, yeah, super schön. Übrigens, es gibt auch ganz viele Menschen, die zum Beispiel, stellt ihr euch mal vor, Elon Musk, jeder und einzelne wollte den weghaben, als er mit seinem Elektroauto dahergekommen ist. Und jede Firma, er hat es geschafft, weil, er hatte ein bisschen andere Voraussetzungen, aber er hat genug Geld gehabt. Aber auch wegen dem, bei ihm geht es nicht um Geld. Er hat sich in der Firma gedacht, scheisse, was macht er, überall haben die einen Knüppel in den Weg geschmissen. Dennoch, er hat es gemacht, sei fokussiert, sei, halte deinen Kernwert und ziehe es durch. Natürlich, du wirst es schaffen und auch wenn du die Idee hast, Roger will ja einen Podcast aufnehmen. Übrigens, auch er, er will ja nicht nur einen Podcast aufnehmen, er hat gesagt, nee, ich mache gleich einen YouTube-Kanal, wieso nur Podcast? Naja, ist okay. Das heisst, gleich fünf Schritte miteinander. Jetzt ist es wichtig, er soll jetzt bitte aufhören, andere Podcast-Kanäle zu hören und Video-Youtube zu hören, weil das hält dich zurück. Du machst jetzt nichts anderes, als du vergleichst dich da drin mit anderen. Du bist komplett nicht mehr kreativ. Du kopierst jetzt andere und hast dann das Gefühl, das ist geil, das bist du selbst und das soll noch funktionieren. Tut mir leid, das funktioniert nicht. Also mach da auch T-Talks, schalt alles ab. Das habe ich bei mir so gemacht. Eine Woche lang mindestens in dieser Woche plötzlich hat es diesen Kick. Yes, ich will. Habe mich hingesessen, hat es gemacht. Voller Freude habe ich das rausgeschmissen. Habe tolle Feedbacks bekommen. Eine Frau hat geschrieben, Alex, toller Content. Aber dieser scheisse Ton, das ist ja total schlimm. Ich hätte wegen dieser Frau fast aufgehört, Podcasts zu machen. Jetzt nach fünf Jahren kann ich sagen, wir haben über 50.000 Downloads. Wegen dieser Frau wollte ich alles hinschmeissen. Ja, nach einmal machen. Ich hatte doch keinen Plan von Toneinstellung. Tut mir leid. Ich habe dann zwölf Monate gebraucht. Zwölf Monate, um Toneinstellungen zu machen. Um sich zu interessieren, was da funktioniert. Heute gibt es eine Lösung. Du kannst bei Adobe ins Internet, gibt es ein Adobe Toneinstellung KI. Dann kommt eine Seite, die macht das für dich selbst. Dann schmeisst du deinen Ton da rein. Und du bekommst einen perfekten Ton zurück. Wenn es das bei mir schon gegeben hätte, ich wäre viel schneller, viel weiter gewesen. Wegen dem KI ist das Werkzeug, was du brauchst. Vor allem da, wo du jetzt stehst, als innovativer Menschen, als Gründer. Mach dir keine Sorge um die Meinung der anderen. Das ist der zweitletzte Punkt und einer der wichtigsten. Hör auf, für andere zu denken. Hör auf, was sie sagen. Fokussier dich für dich und setz um. Für den Anfang. Wenn du dann gesättigt bist und stehst und das Gefühl hast, du fühlst dich wohl, dann kommen Rundfragen an deine Community. Dann hast du schon eine Community. Habe ich alles auch gemacht. Dann fragst du die langsam. Ja, wo möchten sie dann gerne von dir hören? Über welchen Kanal bist du? Zu mir kommen und die geben dir Infos. Diese Infos kannst du verwerten. Du weisst dann, das ist eben Kreativität. Welchen Kanal du fokussieren musst. Welchen du aufbauen musst. Welche Themen sie wollen. In welcher Form sie sie wollen. Und dann weisst du auch, was du tun musst. Du hast das komplette Marketing-Setup und dann spickst du das raus. Du musst nur noch die Tools haben, wie du das lernst. Ja, Pitch von mir, das lernst du bei mir. Und kannst du es schlussendlich auf einsetzen. Also da am Anfang nicht. Und danach kannst du immer mehr auf die Menschen eingehen, wie ich das tue. Dass ich auch Kritik zulasse. Gell, Alfred. Er hat nämlich heute noch eine wichtige Frage mitgebracht. Ich hoffe, er fragt dann auch. Und dass er schlussendlich dann auch merkte, da kann ich drauf eingehen. Menschen haben es gerne, wenn du auf sie eingehst. Es gibt genüge Supporte, wo man anschreibt, wo du nichts hörst. Ich habe auch bei so einem anderen geschrieben. Übrigens auch, wenn du ins Fernsehen kommen willst, vor allem in der Schweiz oder ins Radio, dann kannst du die anschreiben und du wirst nie was hören. Und das ist normal. Weil du schreibst an einen Pool, wo es dann Menschen hat, die können sich die Infos rauspicken, wenn sie wollen. Und meistens bist du da ein No-Name, dann wirst du auch nicht rausgepickt. Aber es kann dann kommen, dass du einmal angerufen wirst von einem Fernseher. Und dass sie sagen, ja, tolles Thema. Nach Monaten später, wir wollen dich. Und dann hat es eben auch funktioniert. Sähe deine Information auf eine kreative Art. Ich schreibe meine E-Mails anders als andere. Ich bin sehr kreativ. Zum Beispiel schreibe ich ganz klar, hey, ich habe dich und deinen Online-Kongress gesehen. Ich als Wiss-Profiler will dabei sein, weil meine Oma mir schon immer gesagt hat, wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Und das Höchste, was du mir sagen kannst, ist ein Nein. Aber ich würde mich auf ein Ja freuen. Das ist mein E-Mail. Doch E-Mails bekommen die fast nie. Aber ich bin ehrlich. Der letzte Punkt, Vertraue auf dein Bauchgefühl. Ich durfte heute auch ein Interview machen für deine Radiostation. Ich habe vom Bauchgefühl gesprochen. Da habe ich gesagt, ja, Bauchgefühl musst du verstehen. Das ist wie folgt aufgebaut. Das ist das Zentrum von deinem Körper. Das ist nichts anderes als ein kinesthetischer Menschentyp. Ein kinesthetischer Lernkornal, den du aufnimmst. Ein Kinesthet hat den Fokus auf Emotionen und auf Gefühl. Also müssen wir jetzt verstehen, wie dein Körper funktioniert, wie deine Emotionen funktionieren und wie dein Gefühl funktioniert. Aber du hast ja nur so ungefähr ein Gefühl von warm, kalt, fühle mich wohl und nicht. Das sind Brotkümmern, wo du jetzt lernen kannst, das aufzubauen, dass du schlussendlich mehr mit deinem umgehen kannst. Das ist dein Bauchgefühl. Also vertraue dem bitte über diese drei Stufen mehr. Körper, Emotionen, Gefühl. Wenn du das mehr zulässt, bist du alleine schon kreativ. Du musst nicht den Pinsel in die Hand nehmen. Du musst nicht ein spezielles Kunstfektor schaffen. Achte auf deinen Körper, auf deine Aktion. Achte auf deine Emotionen und achte auf deine Gefühle. Das wird dich in deine Kreativität leiten. So, ich habe mich gefreut, dass ich das heute für euch teilen durfte, wo du live dabei bist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Mach es gut. Versuch diese Punkte aus. und du wirst sehen, es wird komplett dein Leben verändern. So,